Ich kriege immer wieder die Frage, können wir dem Gütesiegel vertrauen? Die Zeiten mit Inseraten, mit Werbesuchees, die ist vorbei meiner Ansicht nach, sondern es geht wirklich um Daten, Fakten und um Information. Ich bin zu dem Eindruck gelangt, wir sind zum Beispiel beim Thema Tierwohl um 10 Jahre spät. Wie bauen wir heute schon vor, dass wir zu den Menschen sagen, hey, was willst du da noch messen? Wir messen schon, dass die Angebote dementsprechend den Kundenwünschen weiterentwickelt werden, aber wir messen die Kundenwünsche auch dort hinbringen, dass sie tatsächlich auch handeln. Deutschland, Italien, die beneiden uns, die sagen, ihr habt ein System. Bitte lasst euch das nicht zerstören, entwickelt es weiter. Ich glaube, wir brauchen da einmal die ganz klare Positionierung. Den Menschen aber auch in Österreich zu sagen, hey, wir produzieren die besten Lebensmittel mit dieser tollen Natur, aber dafür werden sie die billigsten sein. Herzlich willkommen, heute wieder aus Wien von Landschaft leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich habe heute einen besonderen Gast, nämlich wer, der sich wirklich gut auskennt im Lebensmittelbereich und niemand geringerer als wie die Christina Mutthenthaler. Sie ist die neue, frischgebackene Geschäftsführerin der AMA Marketing. Und Christina, ich freue mich total, dass du gekommen bist, meiner Einladung gefolgt. Wir haben ja schon mal im Herbst darüber geredet, wie sich das alles abgezeichnet hat. Sag danke fürs Kommen und möchte gleich mit einer Gratulation anschließen und wünsche dir alles das Gute in deinem neuen Aufgabenbereich. Ja, danke, Hannes. Danke für die Einladung und danke für die Gratulationswünsche. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich die Möglichkeit habe, gemeinsam mit meinem Team die AMA Marketing weiterzuentwickeln, gemeinsam mit Partnern, die Land- und die Lebensmittelwirtschaft weiterzuentwickeln. Christina, du wirst uns dann eh ein bisschen erklären, was sind die richtigen Aufgaben der AMA Marketing, ein bisschen wie sie organisiert, weil ist ja nicht jedem bekannt. Man kennt zwar die AMA, ja, und vor allem ist das AMA ein Gütesiegel, aber das werden wir heute natürlich alles reden. Aber ich denke mal am Anfang, vielleicht stößt du dir einfach einmal ein bisschen selber vor. Ich habe die ja schon vor vielen, vielen Jahren kennenlernen dürfen. So schmeckt Niederösterreich. Dann beim Netzwerk Kulinarik und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich hatte immer, also wirklich von Anfang an, seit unserer ersten Begegnung unglaublich geschätzt, weil ich wirklich auch bei dir gesehen habe, dass du brennst für Lebensmittel, dass du eine Feier in dir hast, eine unglaubliche Leidenschaft. Und wie ich dann erfahren habe, dass du neue Geschäftsführerin der AMA wirst, habe ich mich echt richtig, richtig gefreut. Aber es kennt dich nicht jeder so gut wie ich. Stell dir mal ein bisschen vor, dass wir ein bisschen zu dir als Mensch was erfahren, wo kommst du her, vielleicht ganz kurz, wie bist du groß geworden, dass wir einfach ein bisschen ein Gefühl zu dir kriegen. Ja, ich bin gebürtige Waldviertlerin, also ich komme aus dem südlichen Waldviertel, also aus einem ganz kleinen Ort. Meine Oma hat zehn Kinder und ja, also richtige Großfamilie. Und da ist er da in der Landwirtschaft, haben einen Landwirtschaftsbetrieb. Meine Eltern haben sich entschieden, sie machen sich relativ jung selbstständig. Ich bin in einem Familienbetrieb aufgewachsen im Gewerbebereich, Handwerksbereich. Für mich war ganz klar, immer klar, du das, was du eine Leidenschaft hast. Und ich habe schon als kleines Kind, habe mich immer Lebensmittel interessiert. Ich habe einen anderen Teil, der in der Gastronomie ist. Das heißt, ich habe von klein auf immer mitgekriegt, schon Lebensmittel, welche Wertigkeit das hat und wie es ausschaut in der Produktion und auch in der Gastronomie. Und so hat sich auch mein ganzer Weg eigentlich gezeichnet. Also ich habe dann Ausbildung gemacht, habe Tourismusmanagement studiert, mit dem Ziel, immer eigene Wirtin zu werden. Das war immer mein Traumberuf. Entschuldigung, ich muss jetzt unterbrechen. Ich konnte mir aber dir echt gut vorstellen. Also ich glaube, das Gasthaus war immer voll mit deinem Streuen, mit deiner Begeisterungsfähigkeit. Ich glaube, da kann halt jeder hin, aber gut. Wie gehst du denn erst gefragt? Wo ich mich sehe, kurz vor der Pension habe, habe ich gesagt, vielleicht erfülle ich mir meinen Kindheitswunsch. Und wirklich, der Traum war immer, ich mache ein eigenes Gasthaus oder ein eigenes Restaurant. Und ja, wer weiß. Jedenfalls habe ich dann Tourismus studiert und habe sehr viel gearbeitet in der Gastronomie, im Marketing schon nebenbei immer. Habe dann einen kurzen Abstecher gemacht in die Energiewirtschaft, habe bei einem internationalen Konzern gearbeitet, war im Ausland unterwegs. Und dann hat es mich wieder zurückgezogen und habe mir einfach gesagt, okay, Regionalmarketing, Agrarmarketing, Lebensmittelmarketing. Und bin seit 2008 in dem Bereich, vorher Niederösterreich, immer schon mit Projekten auf Bundesebene zu tun gehabt, mit Genussregion Österreich damals. Und habe 2012, war ich Mitglied in der Geschäftsleitung der Energie- und Umweltagentur. Wir haben dort unterschiedliche Themenfelder gehabt, sei es jetzt Lebensmittelmarketing, erneuerbare Energie, E-Otos bis Naturland. Und habe dort eben in der Geschäftsleitung gewesen, PR und Marketing geleitet und inhaltlichen den Lebensmittelbereich. Und 2019 habe ich dann das Netzwerk Kulinarik übernommen. Und so hat sich natürlich ein bundesweites Netzwerk aufgebaut. Wir haben gemeinsam entlang der Wertschöpfungskette verschiedenste Projekte. Du bist auch im Beirat des Netzwerks Kulinariks. Und so habe ich eigentlich immer mehr meine Leidenschaft ausleben können. Meine Leidenschaft eben für gut produzierte Produkte, aber auch, wie kann man die vermarkten. Und dann ist der Weg sozusagen zu einmal gegangen. Hast du dich da beworben? Oder wie soll ich mir sagen, wie ist das gegangen? Weil jetzt wird sich viel denken, wie wird man da, wie wird man auch eine Chef hin? Ja, da gibt es ein ganz klares Prozess. Es gibt eine Ausschreibung. Man bewirbt sich mit Unterlagen, mit Lebenslauf, mit der Motivation, schreiben mit entsprechenden Zeugnissen, Dokumentationen, belegen. Und dann gibt es ein zweistufiges Verfahren, war das mit externer Headhunter-Agentur, sowie auch ein Hearing. Und dann erfordert man das Ergebnis. Ja, also gratuliere ich noch einmal dazu. Was du vielleicht vergessen hast, du bist ja auch Mama. Ja, genau. Du hast, glaube ich, eine Zwillinge gekriegt, oder? Darf ich das so sagen? Auch unglaublich und gewaltig, was du da auch leistest. Man wird jetzt wahrscheinlich sagen, eine Mann frage ich das nicht, aber das stimmt nicht, weil ich sage es bei den Männern auch. Aber es ist schon gewaltig, muss sich der Familie auch alles gut passen, oder? Das sind ja noch sehr kleine Zwillinge. Ja, genau. Die Lotte und die Paula, die sind jetzt zwei Jahre alt. Und wir sind gut organisiert. Klar, es ist ein toughes Programm und so, aber es funktioniert sehr, sehr gut. Das war auch für mich ganz lange wichtig. Okay, das muss familiär passen. Und familiär passt das sehr, sehr gut. Und das muss meine Leidenschaft sein, weil sonst macht man das nicht. Und wir haben das wirklich gut organisiert. Ich bin verheiratet mit einem Mann, das passt alles ganz gut und auch familiär. Eine super Kinderbetreuung. Also das war aber schon vorher so, bevor ich mich überhaupt beworben habe. Das war mir die klare Priorität, dass das wirklich gut geregelt ist, weil ich davon überzeugt bin, ich kann nur gute Leistung bringen, wenn das auch passt. Und für mich ist das aber gar nicht so etwas Außergewöhnliches, muss ich sagen, weil ich bin ja auch so groß geworden. Meine Eltern haben sich relativ jung selbstständig gemacht. Ich habe es von meiner Oma gesehen schon. Die hat zehn Kinder, aber die war immer die Bewirtschafterin, die Bayerin haben, die auch die Entscheidungen getroffen hat und auch täglich gearbeitet hat. Somit war das für mich gar nicht so eine neue Lebenserfahrung, sondern jetzt in meinem Bereich, ja, aber dass man das gut kombinieren kann. Man muss sich halt das machen, wo man Leidenschaft hat, weil dann ist man auch dementsprechend motiviert, man hat eine Energie dafür und man muss sich das gut organisieren. Du kommst aus einem Haus, aus einem Familienstamm, wo man immer schon die Ärmeln hochgekrempelt hat. Wenn ich das jetzt so vernehme, wenn ich mir zehn Kinder auf die Welt bringe, dann muss ich die Ärmeln hochkrempeln sozusagen. Deine Eltern auch in unserem Gewerbebetrieb gegründet haben. Also du bist zu arbeiten gewöhnt, so habe auch ich dich, weil wir kennen gelernt. So, jetzt bist du gestartet bei der Oma und wenn ich jetzt so quasi auf die Oma schaue, dann sind ja die Aufgaben nicht weniger geworden. Ich kenne jetzt die Oma da seit, glaube ich, als aktiver Bauer seit 1995 mit dem EU-Beitritt, mit allen Höhen und Tiefen. Ich war nicht immer glücklich mit der Oma, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich auch damals bewogen, dass ich Landschaft leben gründ, weil ich einfach gesagt kann, mir geht das Marketing einfach zu weit an der Realität vorbei. Ich will den Menschen einfach zeigen, wie Lebensmittel tatsächlich produziert werden, wie es wirklich ausschaut. Und ich glaube, es ist ja jetzt kein Geheimnis oder eher offenes Geheimnis, dass Landschaft leben und die Oma nicht immer das beste Verhältnis gehabt haben. Aber ich muss das auch betonen, nicht von unserer Seite, auch nicht von meiner Seite, aber es war so ein bisschen ein Konkurrenzdenken da, weil es ja zwar ein Witz ist, weil die Oma ist ein gesetzliches Konstrukt, oder? Und wir sind ein freiwilliger Verein. Aber vielleicht erklärst du einmal ein bisschen so, wie ist die Oma eigentlich? Ja, das wissen ja wahrscheinlich die wenigsten. Es gibt ja einen gesetzlichen Auftrag. Ja, also wir sind eine privatrechtliche GmbH und es gibt das AMA-Gesetz und da ist ganz klar definiert, was sind die Aufgaben der Agrarmarketing GmbH. Man muss unterscheiden zwischen der AMA, wir sagen oft umgangssprachlich, die AMA-Mutter, die vorgelagerte Stelle für die Behörde, und die Agrarmarketing, also die AMA-Marketing GmbH. Von dort darf ich eben seit jener die Geschäftsführung übernehmen dürfen. Und für uns sind die Hauptaufgaben Qualitätssicherung, Konsumenteninformation und Absatzförderungsmaßnahmen. Als gesetzlicher Auftrag quasi. Genau, das ist im AMA-Gesetz definiert. Und in diesen drei Schwerpunkten gehen auch unsere Ressourcen rein, da sind auch die Anstrengungen drinnen. Und generell lade ich alle ein, alle Organisationen, die sagen, okay, wir schauen, dass wir unsere regionalen Lebensmittel besser vermarkten, damit wir auch die Güte, die Qualität steigern. Und wir haben da genug gemeinsam zum tun. Also darum ist das, ich glaube, die haben es auch heuer gezeigt beim AMA-Forum. Ganz, ganz klar, gleich am Anfang, mir war es wichtig, alle einzuladen und auch sagen, okay, das ist ein Arbeitsprogramm, was die AMA-Marketing vorhat. Manche Sachen erreichen wir sicher schneller, manche sind langfristig. Aber ich glaube, es ist jedem, das ist auch geschrieben worden in den Medien, sehr oft das Wort gemeinsam gefallen. Weil gemeinsam, das merkt man, ich bin eine Großfamilie groß geworden. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiges Zukunftswort auch. Jeder muss seinen Part einnehmen und jeder muss gemeinsam in eine Richtung weiterentwickeln. Mich freut es total, dass du das jetzt auch so betonst, weil ich habe immer gesagt, wir brauchen jede Organisation, jeden Einzelnen, der was bereit ist, da draußen die Menschen zu informieren, Wissen zu vermitteln, Bewusstsein zu bilden. Weil wir haben einfach ganz, ganz, ganz viele Menschen, die was einfach einkaufen gehen, weil irgendwo ein Händler eine Flugplatte schickt, wo dann umsteht, in Aktion. Und dann ist plötzlich alles egal, wo es herkommt, wie es produziert worden ist, ob ein armer Gütesiegel drauf ist oder nicht. Und ich denke, je mehr Organisationen, je mehr Menschen bewusstseinsbildend unterwegs sind, umso mehr können wir eigentlich den für uns einzigen Weg gehen in Österreich, nämlich den Qualitätsweg. Weil ich sage das immer, in der Masse werden wir keine Chance haben. Da möchte ich aber eh dann von dir ein paar Aussagen dazu. Aber das freut mich total. Und wie du dann gesagt hast, ja passt, Hannes, ich komme zu dem Podcast. Und das war schon ein gewaltiges Signal. Und nochmal wirklich ein ganz aufrichtiges, großes Danke dafür. Und ich glaube, in Zukunft marschieren wir gemeinsam, weil wir haben genug zu tun. Also, wenn ich auf der Straße unterwegs bin, die Menschen sichtbar meinkaufen, da wird uns die nächsten Jahre, Christina, da wird kein Fahrt werden. Und ich kann auch nur jeden einladen. Ja, der, was da ambitioniert ist, der, was da in irgendeiner Form eine Motivation sicht. Ich habe heute Vormittag ein tolles Gespräch mit einer jungen Diätologin gehabt. Und die hat gesagt, sie ärgert so, wenn sie im Krankenhaus eine Beratung macht zum Essen. Und dann hören die Patienten da mehr auf die Ärzte und Ärztinnen. Nur, jetzt hat sie sich gedacht, wie kann sie das machen? Jetzt hat sie gesagt, sie studiert noch mal Medizin, damit das sehr Ärztin ist. Weil dann ist sie Diätologin und Ärztin. Und ich habe gesagt, cool. Sie hat gesagt, ja gut, es ist nur in einem Spital und vielleicht nie die Menschen, was wir erreichen. Aber ich habe gesagt, voll cool, schau, du tust was. Und das, glaube ich, brauchen wir. Alle sind gefordert, dass man das dann, weil man muss sich vorstellen, wir haben einerseits das Thema, immer mehr Leute wohnen im urbanen Raum. Das sind, glaube ich, in Deutschland sind wir schon fast bei 80 Prozent. In Österreich sind wir fast bei 70 Prozent, das sind im urbanen Raum. Da gibt es keinen Bezug mehr dazu, zur Landwirtschaft. Man kann das aber auch nicht verlangen. Wir müssen, das ist für mich auch ganz, ganz wichtig, zukünftig verstärkt der Konsument, die Konsumentin in der AMA-Marketing im Mittelpunkt stehen. Und man kann nicht verlangen, dass der Konsument sich informiert darüber. Für mich gibt es auch viele Themen, das interessiert mich einfach nicht. Ich will einfach eine Glaubwürdigkeit, eine Orientierung haben. Und mich interessiert Inhalt nicht, was dahinter ist. Und wir können nicht automatisch immer verlangen oder glauben, jeder Konsument da draußen auf der Straße interessiert sich für Lebensmittel, interessiert sich, woher es herkommt, interessiert sich die Qualität, und wer es produziert. So ist es mit, sind wir alle gemeinsam gefordert, aber auch jeder Einzelne und auch vor allem die Landwirtinnen und Landwirten, dass sie das erklären, weil immer, das wissen wir selber, erklärt mir, wer was persönlich, kann ich es nachvollziehen, verstehe es, merke ich mir was, da muss auch oft eine persönliche Geschichte dahinter sein, dann prägt es mich. Dann habe ich eine ganz andere Beziehung, ich habe eine ganz andere Wertigkeit. Und um das geht es mir einfach so, diesen Wert der Lebensmittel. Und ich glaube, da gibt es nicht genug Organisationen, da gibt es nicht genug Befürwärter, damit wir da gemeinsam was weiterbringen, weil das ist eine richtige Herausforderung. Wenn man halt versucht, Konsument, gehen wir draußen auf die Straße, schauen und fragen, was beschäftigt dich gerade. Wir haben riesen andere Themen da. Wir haben nicht nur Nachhaltigkeit, nicht nur Klimaschutz, nicht nur Tierwohl, wir haben eine Inflation, wir haben eine Preissteigerung, wir haben aber auch generell die Jugend, wie gestalte ich mein Leben weiter. Ich habe letzte Woche, habe ich meine Nichte gehabt, die war bei mir zu Besuch. Und das ist für mich so ganz spannend immer. Die ist 15, jetzt bin ich auch noch zu alt und sehr auf Social Media und alles unterwegs. Und sie sagt zu mir auch das Erste, na mit dir schreibe ich nur WhatsApp. Und die habe ich mir dann gedacht, spannend. Okay, sagt sie, na mit der anderen nehme ich andere Kanäle. Dann sage ich, aha, habe ich gemerkt, entwickle dich weiter, Christina, wenn du die Jugend erreichen willst. Das Zweite sage ich, du, was beschäftigt dich in der Klasse gerade, also wohin? Ganz klar, was mache ich beruflich weiter? Mache ich auch Auszeit? Schaue mir ein anderes Land an? Und die kommt aber aus einem ländlichen Gebiet. Also das ist also ein ganz kleiner Ort im Waldviertel. Und das Thema Lebensmittel, obwohl sie Vegetarierin ist oder Flexitarierin ist, das ist nämlich die zweite total interessante Kenntnis bei ihr gewesen. Sie war mal Vegetarierin ein paar Monate, jetzt ist sie Flexitarierin, so bezeichnet sie sie. Das Thema ist bei ihr nicht auf der Agenda oben noch. Weil sie im Alltag ganz andere Themen haben, Herausforderungen haben, Probleme haben, wo sie in den Gedanken sind. Das kann ich auch nachvollziehen. Und das heißt, wir messen schauen, dass wir die Zielgruppen, wir messen die abholen, wo sind sie gerade in ihrem Lebensbereich. Jetzt muss ich da gleich was Provokatives anschließen, da hast du mir jetzt ein Elfmeter aufgespielt, was mich schon lange beschäftigt. Nämlich zum Thema, du musst den Konsument im Mittelpunkt stellen. Ich habe mich oft gefragt bei Landschaft leben, du weißt, ich halte sehr viele Vorträge und ich bin nach jedem Vortrag, also ich glaube, ich war eigentlich der beste Armer Botschafter, weil die erste Frage war immer, Herr Reuer, was halten Sie vom Armer Gütesigel? Und ich halte es immer verteidigt bis aufs Blut, weil ich der Meinung bin, dass wir in ganz Europa kein ähnliches System haben, dass andere Länder wirklich, wirklich froh wären, wenn wir eine verlässliche Herkunftsgarantie hätten, wo ich weiß, wenn das Siegel drauf ist, kommt es hundertprozentig aus Österreich. Aber was mir sehr wohl aufgefallen ist, in all diesen Jahren und in der Beobachtung, dass ich mir gedacht habe, ich glaube nicht, dass der Konsument im Mittelpunkt steht. Ich habe immer bei der Armer das Gefühl so ein bisschen gehabt, diese Landwirtschaft und die Industrie redet sich aus, was können wir machen, was können wir da setzen, und dann verkaufen wir es mit einem guten Marketing dem Konsumenten. Soll es nicht eigentlich anders sein? Sollte man nicht eigentlich sagen, ich orientiere mich zu hundertprozentig an den Konsumenten und sage, und ich baue dann die Industrie und die Landwirtschaft so um, dass ich für meine Kunden sozusagen produziere, weil in der Tourismus ist es hundertprozentig so. Als Hotel kannst du nicht sagen, die wollen jetzt zwar eine Wellnessanlage, aber ich baue es einfach nicht. Dann wird es relativ einfach sein, du hast keine Gäste mehr. Wenn ich jetzt bei uns bin, die Planeibahnen, die werden die Lifte so bauen, nicht wie er das passt, sondern wir sagen, was wollen unsere Gäste am Schieberg erleben. Und das habe ich bei uns in der Landwirtschaft, da habe ich immer das Gefühl, mir dann das ein bisschen anders. Also immer noch, sage ich, wo mein Vater lange beheimatet war, ja, wir sehen wir. Und ich bin eh froh, dass es von uns war. So ein bisschen schwingt das halt noch für mich mit. Aber es ist nicht längst an der Zeit, dass wir sagen, hey, lieber Gast oder lieber Konsument, du bist König, es muss halt dann auch zu alt werden. Das ist natürlich Voraussetzung. Aber wie siehst du das jetzt? Weil da habe ich immer so das Gefühl gehabt, und da ist die Ausrichtung, das war nur ein Gefühl, dass nie das Konsumentensiegel gesehen wird. Es ist auch, also ich kann wirklich sagen, der Konsument hat auch in der bisherigen Tätigkeit nicht einmal eine Rolle gespielt, aber ich sehe, ich komme aus dem Tourismus und wirklich auch in der Ausbildung und sie ist eingetrichtert worden von Anfang an, Serviceorientierung, Kundenorientierung. Darum tut es auch ganz gut, glaube ich, dass ich immer mehr in dem Fokus den Konsumenten stelle. Nur es sind ein paar wesentliche Unterschiede. Tourismus, ich genieße was, ich leiste mir was, Lebensmittel ist ein alltägliches Produkt. Ich glaube, da ist ein Riesenunterschied und das merke ich jetzt über eine Preissensibilität. Die Tourismusnächtigungszahlen, die Ausgaben sind, ich weiß, es waren Ferien und so, sind nach wie vor sehr hoch. Beim Lebensmittelbereich wird schon gespart. Warum? Ich habe das Alltag, ich habe das täglich. Beim Tourismus, ich fahre auf Urlaub, ich leiste mir was. Das ist einmal, glaube ich, beeinflusst das ganz, ganz sehr. Das Zweite, was ist, in der AMA Marketing oder wir gesamten in der Land- und Lebensmittelwirtschaft, wir haben sehr wohl den Konsumenten im Fokus, nur wir haben das Thema, was möchte er und was ist er bereit und zum Kaufen. Und zwischen Wünschen und zwischen tatsächlichen Handeln ist ein großer Gap. Also wir sehen das jetzt gerade konkret beim Tierwohl. Beim Tierwohl habe ich ein paar Zahlen dabei. Wir wissen, 80% der Österreicherinnen und Österreicher wünschen sich mehr Tierwohl. Sie sagen sogar von sich aus, ich glaube, 86% sind es bei Fleisch, dass sie darauf achten. Und dann sehen wir aber, was sind die Absatzzahlen. Trotzdem, darf man es auch noch so negativ sehen, die steigen. 2% oder? Wir sind insgesamt, mit Bio und Tierwohl 2%, 3%, Ziel ist es mal 5%. Es steigt, es steigt, aber man muss jedem mehr bewusst sein, das ist echt, es ist eine Nische zurzeit. So ein riesengroßes Unterschied. Aber auch die Landwirte, die Landwirte, also mit wem wir reden, das sagt jeder, hey, ich würde gern in besseren Tierwohlstufen produzieren. Ich kenne keinen Landwirten, der zu mir sorgt und sagt, ja, ich habe ein Problem, wenn ich weniger Stücke Viecher habe. Gerne. Aber sie müssen auch leben und das muss auch klar sein, die Landwirte sind auch Unternehmer. Das ist eher Arbeit, das macht uns nicht aus Spaß, das macht uns nicht aus Hobby. Was uns jetzt gelingen muss und das kann nicht nur aus unserem Marketing, sondern allen gemeinsam, wir müssen schauen, dass die Angebote dementsprechend den Kundenwünschen weiterentwickelt werden, aber wir müssen die Kundenwünsche auch dort hinbringen, dass sie tatsächlich handeln. Ich glaube, das heißt jetzt gut, ich glaube, das passt gut zusammen, aber trotzdem, ich glaube, du hast ja jetzt sozusagen einen neuen Weg präsentiert, beinhaltet den neuen Weg und den vielleicht skizzierst du uns den ein bisschen, dass ich es rausbringe, weil den kennen sicher noch nicht alle, die uns zuhören, aber was ein Riesenthema ist, ist das Thema Vertrauen. Also ich kriege immer wieder die Frage, kann man dem Gütesiegel vertrauen? Weil ich höre ja, da wird ja Fleisch von irgendwo einer geschmuggelt und bei der Mulch ist das und bei Njoghurt ist das und ich erlebe da echt bei den Vorträgen oft die härtesten Diskussionen, wo man die Menschen erklären will, sie haben die Beweise, dass das nicht so ist und ich sage, aber ich kann es garantieren und ich hoffe, dass ich es garantieren kann, oder? Aber was hast du da vor, dass man, ich glaube, das Sammer Gütesiegel kennt man, aber es ist immer so niederschwellig, das Thema Vertrauen, ja? Also das Sammer Gütesiegel ist die bekannteste Lebensmittelmarke, also die bekannteste Marke in der Landwirtschaft, wir wissen es und das ist kontinuierlich schon die letzten Jahre immer über 90 Prozent, wo wir durch die aufgezeigten Missstände, die jetzt waren, mit der Glaubwürdigkeit, aber dieses Glaubwürdigkeitsthema hat schon mal ein paar Gründe, das ist generell in den letzten Jahren, das sagen ganz klar Marktforschungsleute in öffentlichen Organisationen, Institutionen, ist weniger Glaubwürdigkeit geschenkt worden, das hat auch sehr viel mit Corona zu tun, so, jetzt haben wir da schon mal eine kleine Antelle gehabt, durch das Video, aber durch die Bilder, was man sieht im Fernsehen, die sind nicht entschuldbar, da sehe ich ja, okay, das Vertrauen sinkt und unser Ziel ist es jetzt, wir müssen schauen, dass wir die Glaubwürdigkeit wieder aufbauen, die Glaubwürdigkeit ist zur Zeit, wenn man Österreich allgemein befragt, wir haben vor November eine Umfrage, das ist bei 70%, das heißt 70% der Österreicherinnen und Österreicher orientieren sich am Amagütesiegel und die wollen auch, das Gütesiegel muss auch zukünftig eine wichtige Orientierung sein für den Durchschnittskonsumenten, wenn ein Griff ins Regal muss, muss man so sagen, das passt. Und für was steht das Amagütesiegel? Und das kann ich wirklich sagen, für eine ganz klare, nachvollziehbare Herkunft. Ich habe ein Beispiel, ein Stückchen Fleisch liegt im Regal und das Stückchen Fleisch kann innerhalb von wenigen Minuten können wir nachvollziehen, wo ist dieses Tier geboren, gemästet, geschlachtet worden. Das ist eine unglaubliche, die Rückverfolgbarkeit, also das können wir garantieren. Ich höre auch immer wieder Führgerüchte, nein, wir wissen ja nicht, wo das herkommt. Ich habe erst einen konkreten Fall gehabt letzte Woche, da war ich selber erstaunt, wie rasch das alles rückverfolgt hat. Das ist ja ganz, ganz wichtig, damit man Transparenz schafft. Das zweite, was ich sage, Vertrauen tut man Experten. Wir aus einem Marketing wollen uns viel stärker so als Taktgeber. Das heißt, nicht getrieben sein, sondern selber auch mitgestalten, mit Expertise. Und das vor allem im Bereich Tierhaltung, Tierwohl. Das Thema ist jetzt vielleicht aufgrund von Inflation und Preissteigerungen in der Umsetzung noch nicht so weit, aber das verschwindet nicht, weil es kann mir keiner erklären, warum soll ich in zwei Jahren auf einmal der Bevölkerung auf einmal uns, egal so wie die Tiere gehalten werden. Nein. Und wir müssen kommunizieren. Und wir müssen kommunizieren viel, viel stärker auch direkt. Die Zeiten mit Inseraten, mit Werbesuchees, die ist vorbei, meiner Ansicht nach, sondern es geht wirklich um Daten, Fakten und um Information. Wir haben so eine Informationsflutung. Und immer, wenn man glaubt, okay, die arme Marketing hat ja so viel Kommunikationsbudget. Man muss sich das in einem Verhältnis anschauen, da sollte jeder vielleicht wirklich einmal googeln oder so und schauen, wie viel Kommunikations- oder wie viel Werbebudget wird in Österreich ausgegeben, welcher Anteil Paramarmer-Marketing. Da muss man realistisch sein einfach. Du hast jetzt schon ein paar Sachen erwähnt, was du ändern möchtest. Fangen wir mit erst mal an Taktgeber zu sein. Ja. Jetzt muss ich da ganz kritisch sagen, ich erlebe ganz viele Menschen jetzt in der Stadt, die vegan werden, die vegetarisch sehr ernähren. Und ich bin zu dem Eindruck gelangt, wir sind zum Beispiel beim Thema Tierwohl um zehn Jahre spät. Mindestens zehn Jahre. Wir hätten, um diese Menschen abzuholen, was jetzt Tierwohl betrifft, hätten wir wahrscheinlich 2010, 2012 die richtigen Schritte setzen müssen. Ich sehe es aber so, man hat bis zum Schluss jetzt gewartet, bis das völlig eskaliert, bis das diverse Tierschutz- und Umweltschutzorganisationen so einen Druckaufbau in der Bevölkerung, wo man gesagt hat, jetzt kennen wir wirklich nicht mehr aus. Taktgeber heißt aber für mich, wirklich vielleicht fünf, zehn Jahre voraus zu sein. Und das ist ja ein Thema, was ich in der Landwirtschaft oder uns selber auch vorhabe, weil ich nie verstanden habe, seit ich war mit 16 Jahren das erste Mal bei der Wintertagung als junger Fachschüler damals. Und ich habe mir seitdem die Frage gestellt, warum sind wir als Landwirtschaft quasi immer hinten nach? Also ich habe immer das Gefühl, diverse NGOs treiben uns mit der Peitschen vor sich her und bis wir uns dann endlich in Bewegung setzen, haben die NGOs schon das nächste Thema. Christina, warum sind nicht wir die, die, die die Gesellschaft vor uns hertreiben? Warum sind nicht wir, jetzt passiert beim Fleisch wieder das Gleiche, in Vito-Fleisch, Laborfleisch. Ich kenne genug die, was sie jetzt in Israel, die Produktionen etc., die es angeschaut haben. Man weiß, es kommt in fünf Jahren, es kommt in acht Jahren, ist ja wurscht. Aber da kommt was auf uns zu, was unser Leben, die Landwirtschaft nachhaltig verändern wird. Wer beschäftigt sich da schon damit? Wie bauen wir heute schon vor, dass wir zu den Menschen sagen, hey, was willst du dann noch essen? Willst du ein Laborfleisch essen oder willst du noch was Echtes essen? Da merke ich, da ist noch so wenig. Also Dachtgeber, Christina, heißt für mich dann auch wirklich der Zeit voraus zu sein. Sonst bist du einfach nur irgendwann, also wenn ich jetzt dir wohl hernehme, da braucht man sich jetzt nicht rühmen, dass man sagt, ja, nein, jetzt ringen wir uns endlich durch. Und jetzt damals, die Strömungen waren vor vielen, vielen Jahren schon sichtbar. Und ich wäre gerne als Bauer in der Situation, dass ich sage, hey, liebe Konsumme, ich treibe euch, das gibt es in Österreich, das ist Standard, das ist, und da kannst du sagen, wow, wow, echt, hey, geil, da gibt es schon wieder was Neues. Aber wir warten bis zum Allerletzten und wenn es halt gar nicht mehr geht, jetzt müssen wir halt den Vollspaltenboden verbieten, weil es hilft halt auch nicht. Ich sehe es nicht überall so wie du, also auch, meine persönliche Meinung, auch mit dem Fleischkonsum, mit der Reduktion. Ich glaube, warum wir Vegetarierin oder Veganer, hat unterschiedliche Motive. Manche sind sicher aufgrund von schockierenden Büdern, aber das ist ja nicht nur in Österreich so, das ist ja, man sieht in Europa, der Fleischkonsum vor allem für Frischfleisch geht zurück, wenn man sich das aber anschaut, für verarbeitende Produkte, ist das gar nicht so, da kann man jetzt nicht einen wirklich signifikanten Rückgang sehen. Das ist einmal A. Das Zweite, mit Tierwohl bin ich voll bei dir. Die NGOs, sage ich jetzt einmal, oder jeder, der Forderungen steht, tut es sich halt immer leichter, weil er nicht umsetzen muss. Und das ist halt, glaube ich, auch ein Thema. Wir wollen Forderungen stellen, aber wir müssen auch schauen, dass wir umsetzen. Und jetzt ist die Frage, was ist die Aufgabe der AMA Marketing? Ist die Aufgabe der AMA Marketing, schauen, eine halbwegs Breite zu haben oder schauen, dass wir nur ein Spitzensegment haben? Und meine Antwort ist, wir wollen beides haben. Wir wollen auch inhaltlich als Experte Taktgeber sein. Das heißt, sich auch mit Zukunftsthemen zu beschäftigen. Wir werden da so ein Format haben, das heißt Zukunftswerkstätte, wo sie bei Mama vor allem angesprochen haben, wo wir wirklich unterschiedliche Meinungen an den Tisch hören und einfach auch diskutieren und sagen, hey, wie könnte das in Österreich anschauen? Und auch mit Pilotprojekten starten. Wir haben jetzt zum Beispiel ein Thema, wir würden sehr gerne weitere Pilotprojekte mit dem Thema langsam wachsende Rassen starten. Die AMA Marketing hat ein Modul in dem Bereich, wir haben keinen Betrieb noch drinnen und wir würden da gerne, starten wir, wie schaut das aus, wie viele Tage leben die Handeln, wie geht das weiter, wie schaut auch der Absatz dementsprechend aus. Das zweite, wir haben das AMA Gütesiegel, also da sind wir Systembetreiber. Das AMA Gütesiegel, die AMA Marketing ist Vertragspartner für rund 40.000 Landwirte da draußen. 40.000 Landwirte ist eine Menge und diese 40.000 Landwirte haben mit uns Verträgen, wo ganz klar drinnen ist, was sind die Richtlinien, was sind die Kriterien, wie schaut der Kontrollmodus aus. Diese Kriterien bestimmt ja nicht die AMA Marketing alleine, sondern da gibt es übrige Fachgremien und die sind entlang der Wertschöpfungskette und dort wird verstärkt die Konsumentensicht eingebracht werden und dort müssen wir eine Weiterentwicklung haben und dort geht natürlich die Weiterentwicklung nicht so schnell, als wenn ich nur eine kleine Speerspitze hätte. Aber das ist total wichtig, weil, was ist unser Ziel? Wir wollen ja den durchschnittlichen Österreicher gute, gesicherte Qualität mit Rückverfolgbarkeit, mit transparenter Herkunft auch garantieren. Aber ich sehe sehr wohl auch Innovation, Spitzenfeld mit Pilotprojekten, das sieht man ganz schön in der Gastronomie immer, da hat man im Top-Segment Betriebe drinnen, die treiben, die treiben auch die Branche, die können auch den Konsumenten auch treiben. Und auch in dem Bereich werden wir Weiterentwicklung machen, wir arbeiten gerade dran, wir haben unterschiedlichste Module, freiwillige Module mehr Tierwohl, Nachhaltigkeit, wir haben Regionalität und da sehe ich einen Verbesserungsbedarf in der Kommunikation. Nicht nur in der Kommunikation, ich denke mir auch vom Tempo, wie lange her, die sind schon die Arme, aber auf eine Art Haltungskompassiv beim Tierwohl, wir definieren einmal Tierwohl, das höre ich jetzt schon drei Jahre. Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, wir müssen da schneller werden. Also zu einer Haltungskennzeichnung, das wird seit 2021 klären, seit Ende 2021, warum ist das Thema bekannt worden oder präsent worden in Österreich? Weil wir für Exportprodukte, sei es jetzt zum Beispiel Milchbereich, in Deutschland eine Einstufung ins Haltungssystem haben. Wir wissen, Deutschland, Dänemark, Niederlande, dort gibt es Haltungssysteme. In Deutschland haben sie ja gerade die absurde Situation, dass es zwei Vorschläge gibt, einmal von einer privaten Organisation, einmal vom Ministerium her. In Österreich, was haben wir jetzt gemacht? Also das Raster der Haltungskennzeichnung ist fertig. Es gibt ein Gespräch und jetzt geht es darum, wie starten wir die Umsetzung? Und da ist aber für mich ganz, ganz klar, damit das nicht passiert wie in Deutschland oder auch in anderen Ländern, wir brauchen eine Branchenlösung. Es hat keinen Sinn nicht, weil um was geht es sonst? Wir wollen den Konsumenten Transparenz und Orientierung haben und das muss einfach sein, weil wie funktioniert der Lebensmittel Einkauf? Ohne, dass ich jetzt Gourmetprodukte oder Premium oder sage, ich genieße, gehe am Markt, das ist super, aber was ist der Durchschnitt? Ich komme aus dem Büro aus, gehe in den Supermarkt, gehe in den Großmarkt und kaufe ein, habe keine Zeit nicht, ich will hingreifen, wir wissen, was ich habe. Das ist auch die Stärke von Marken und auch die Stärke von Zukunft, also von Gütesiegel. Und beim Amafarm hat der Tristan Hoax gesagt, er glaubt, weil einfach diese Informationsüberflutung und der Mensch eine Sicherheit will, eine Orientierung will, dass die Wertigkeit von Siegeln auch zukünftig steigen wird. Und ich glaube, also ich bin auch voll davon überzeugt, nur was müssen wir kriegen? Wir müssen Transparenz da reinkriegen. Transparenz, was heißt was, was sind die Kriterien, aber was ist auch kontrolliert? Weil ich kann bald einmal behaupten, das, 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 sondern ich brauche es auch kontrolliert. Was ist nicht, eine Aufgabe jetzt da einmal zum Sagen, wir gehen wirklich einmal die Vision ein, wir wollen uns positionieren als Österreich, als wirklich dieses Qualitätsland und zwar, dass das wirklich einmal kommuniziert wird, weil im Jahr kommen noch bei den Bauern, jetzt war ich bei der Wintertagung und da kommen dann die Professoren aus Deutschland und erklären uns, die Weltbevölkerung wächst jeden Tag um 250.000 Menschen, Afrika explodiert, keine Ahnung was und bitte, bitte produziert zum GEMA und euch, braucht es euch Bauern und ich schwere, dass Christine ich bin da gesessen und habe einen Flash gehabt, ich habe mich gefühlt wie damals als 16-Jähriger, wo der damalige Minister gesagt hat, die Weltbevölkerung explodiert und ihr Bauern werdet euch reich werden, weil jeder braucht euch und Christine und ich haben mir gedacht, ja, mit 16 Jahren, jawohl, ich werde Bauer, genau die richtige Berufsentscheidung und dann passiert der Folgende, dann wird es mit den Märkten konfrontiert und kein Kärntner Milch und Salzburg Milch wird Milch nach Afrika liefern, sondern wir sind quasi von unseren Märkten abhängig und es wird in Österreich keiner einen Schweinestall mit 500.000 Most zusammenbauen dürfen, weil kein Bürgermeister wird das erlauben. Wir gaukeln den Bauern der Landwirtschaft was vor, wo viele dann glauben, ja, jetzt investiere ich von 100 auf 140 hier, der Weg wird sich nie ausgehen. Wir müssen Österreich, wir müssen unseren Konsumenten im Fokus haben und da die Kraft hinlegen. aber ich sage den Bauern, ich rede mir den Mund draußen fußelig und sage, ich glaube, wir haben nur einen Weg und der heißt Qualität. Bei mir ist die ukrainische ehemalige Landwirtschaftsministerin da gesessen. Die Ukraine kann laut alten Grenzen 800 Millionen Menschen theoretisch mit ihrem Grund und Boden ernähren, wir 10 Millionen. Ja klar, wie echt, dass wir da in irgendeiner Form konkurrenzfähig sind in der Menge. Brauchen wir da nicht endlich einmal, wenn der was einmal den Menschen und auch den Bauern sagt, Freunde, in dem internationalen Konzert, da haben wir nichts verloren. Das ist das Gleiche, wenn die Frau Radlberg mich sagt, ich gehe jetzt weg von meinem Qualitätsweg, weil ich will billigsten Kass produzieren für die Masse, werden sie untergehen. Und so sehe ich Österreich auch. Ich glaube, wir brauchen da einmal die ganz klare Positionierung. Den Menschen aber auch in Österreich zu sagen, hey, wir produzieren die besten Lebensmittel mit dieser tollen Natur, aber dafür werden sie die billigsten sein. Ja, genau. Also ich sehe auch eindeutig diesen Qualitätsweg. Nur darf man nicht vergessen, wenn man jetzt mit Bäuerinnen und Bauern draußen redet, in manchen Bereichen sind sie einfach auf einem Wettmarkt unterwegs. Die Preissteppe, man sieht den Schweinebereich, ich habe mit dem Schwein, im Schweinebereich mit einer ganz innovativen, jungen Landwirtin geredet. Das war kurz vor Weihnachten und sie hat gesagt, sie ist im Preisvergleich mit anderen Ländern, steht sie einfach im Vergleich. Sie hat einen Wettbewerbsdruck. Und der hat das Thema gegangen Haltungskennzeichnung einfach und jetzt wirklich unterschiedlichste Formen und ihr Wunsch wäre es, nur mehr in der höchsten Haltungsform zu produzieren. Sie braucht aber auch die Nachfrage danach und Langfristigkeit. Die Steuerinvestitionen, das sind 20 Jahre und sie ist jetzt, ich glaube, 30. Sie hat zwei Module, hat sie schon investiert und sie würde gerne die zwei weiteren, nur sie braucht auch Sicherheit. Ja, da bist jetzt du gefordert, jetzt hast du das weitere Thema angesprochen, Kommunikation. Du hast vor, eine neue Kommunikation mit der Arme zu machen und ich habe das eh schon am Anfang gesagt, ich war ja da durchaus Kritiker von diesen schön gefärbten Werbebildern, wo wenig echt war. Ich kann dir nur gratulieren, aber sag einmal, was hast du vor? Ja, also zu dem Echten, die Bilder sind wirklich alle von österreichisch noch betrieben gekommen. Es ist halt immer, du kennst selber, Werbung heißt so, wie eine B-Werbung, man präsentiert sich von der besten Seite. Was ist mir vor? Ganz wichtig im ersten Schritt ist, transparent Kontrollen zu zeigen. Also wir starten, also wir haben jetzt mit Haltung.at die neue Kampagne gestartet. Das sind alle Tierhaltungsformen von oben. Wie schaut in Österreich ein durchschnittlicher Betrieb aus? Welche Möglichkeiten gibt es da? Und da werden wir jetzt noch viel verstärkter transparent bringen, was kostet das? Weil das ist ja für den Konsumenten. Für den Konsumenten ist total unklar, kommen Konsumenten, aber keine Schuld mehr geben. Was heißt das eigentlich, wenn ich jetzt ein Schwein im Stroh habe? Welcher Aufwand ist das? Wie wirkt dir das auf die Kosten aus? Und das wollen wir einfach transparent rüberbringen. Wir wissen, damit werden wir nicht alle Konsumenten, weil im Großteil wird das, oder im Großteil, sagen wir mal so, 80 Prozent wollen eine Orientierung haben mit einem Gütersiegel. Die 20 Prozent sind aber Meinungsbildner, Medien auch, und die wollen wir informieren und jedem sagen, wir haben nichts zum Verbergen, Transparenz. Wir werden einen Kontrolldicker einführen, das heißt, dass man wirklich sieht, wie viele Betriebe werden kontrolliert und wie viele werden auch vom Armer Gütersiegel ausgeschlossen. Und auch aufräumen mit Missverständnissen. Ich habe ja immer im Altergang gesprochen, ich habe jetzt den Betrieb gesperrt. Die Armer Marketing hat noch nie einen Betrieb gesperrt, wir sind keine Behörde, wir können nicht den Betrieb sperren. Wir können ihn als Vertragspartner vom Armer Gütersiegel ausschließen. Das heißt, er kann weiterproduzieren, aber nicht nur unter der Qualitätsmarke. Das bringt mich zu dem Begriff Qualitätsmarke. Wir werden das Armer Gütersiegel weiterentwickeln. Da gibt es ja schon viele Ansätze, es ist auf viel basiert, Masterplan Schwein, sage ich jetzt nur, 2021. Da gibt es das große Ziel, ein Million Schweine im Tierwohlprogramm in Europa. Und dieses Ziel hört sich jetzt so, ja, ich weiß gar nicht, ob das viel oder wenig ist jetzt zu Beginn, jetzt muss ich das einmal in Relation setzen. Wie viele Schweine in Österreich gibt es, wie viele werden importiert und was ist dann ein Million? Und genau das wollen wir vor allem rund um das Armer Gütersiegel den Konsumenten transparent darlegen. Das ist für uns ganz, ganz wesentlich. Und dann sind auch alle Organisationen, wie eine Landschaft leben, ihr macht sehr viel im Bildungsbereich, damit im Bildungsbereich auch dieses Wissen weiter kommuniziert und informiert wird. Und darum sage ich mich ganz zu Beginn, wir können da gar nicht genug Ressourcen haben. Also es ist ganz, ganz wichtig. Das ist einmal die Information und Transparenz auch mit dem Kontrollsystem. Das Zweite, wir werden verstärkt und digitalisieren. Wir sehen dort Reichweiten, wir merken ganz, ganz klar, was sind Medien der Zukunft, wo informieren sie unsere Zielgruppen und auch dort nur mit realistischen Bildern die Realität zu zeigen. Also ein bisschen jetzt ein Landschaft Leben Weg. Wir haben den Fokus wirklich konzentriert. Landschaft Leben deckt auch viele andere Themenbereiche. Bei uns geht es wirklich rund um Gütersiegel, Orientierung, Vertrauen aufbauen. Das ist unser Hauptfokus. Aber so wie es ihr macht, einfach kommunizieren und informieren, ja richtig. Das ist auch ein Zukunftsweg. Ich glaube, da treffen wir unser Herz total und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir gemeinsam gehen, weil da kann man eh nur lernen auch voneinander. Nein, mir gefällt das ja auch sehr gut. Bei allen, und ich muss dich natürlich auch ein bisschen fordern, Christina, aber ich kenne dich, ich kenne dich mal, da mache ich mir keine Sorgen bei dir. Aber kommen wir noch gleich, wir brennen heute so viel mit dir reden, aber eins ist mir auch ganz wichtig, das Thema Skandale. Die Amma wird ja immer wieder gebeutelt, tut das beim Schwein was passiert, jetzt hat man ein bisschen das Gefühl, okay, Schwein ist gerade anscheinend ein bisschen außen vor, jetzt kommen auf einmal die Hühner, haben wir da das Skandale. Ein paar Tierschutzorganisationen zu sagen, wie geht es dir da als Chefin, sage ich mal, der Amma, vielleicht auch ein bisschen persönlich, und natürlich habe ich aber auch das Gefühl, wir sind halt alles Menschen und nicht jeder Mensch ist immer gleich drauf, jeder Mensch hat, wie halt auch in jeder Firma und überall, dann hat Burnout, dann hat psychische Probleme. wenn man mit Tieren arbeitet, hat das natürlich noch einen größeren Impact, aber wie geht es dir damit und was hast du da vor, weil ich leite ja da gleich mit, also immer, wenn ein Skandal auftaucht, denke ich mir, um Gottes willen, was halt schon wieder. Genau, also mir ist ganz wichtig, immer auch da transparent zu sein und es gibt Kontroll- und Systeme einfach und die muss man einhalten, also nicht emotional zu handeln, sondern wirklich transparent die Situation abzuarbeiten und ich habe hier einen Einstieg gehabt, also die erste Woche, will ich nie mein Leben vergessen in der Ammer Marketing, da war eine besagte Pressekonferenz und ich habe mir eigentlich gedacht, okay, wie macht man das jetzt? Was ganz klar war, diese Bilder sind nicht entschuldigbar und dann ist mir das erste für mich ganz klar gewesen, das darf nicht passieren und da muss man schauen, warum passiert das? Was sind die Konsequenzen daraus? Man muss diese Konsequenzen erziehen, warum? Zum Wohle für alle anderen Betriebe, die ordnungsgemäß arbeiten und das ist ganz, ganz wichtig, aber da muss man sich auch in Einzelfällen anschauen, warum ist das passiert? Und da muss man ganz kritisch nachschauen, warum sind wir selbst noch draufgekommen, wie kann man das Kontrollsystem verbessern? Und das sind jetzt die Bausteine, an denen wir intensiv arbeiten und eins muss auch immer klar sein, A, über 99% der Betriebe, die im Armabütesiegelprogramm sind, arbeiten ordnungsgemäß, die arbeiten zum Wohl der Tiere, die arbeiten zum Wohl der Menschen. Warum? Ich kenne auch keinen Landwirten, der sagt, ich habe meinen Viech und es heute schlecht geht. Nein, die wollen haben, dass die Landwirtschaft gut funktioniert, weil es ist ja eher Unternehmen, es ist eher ein Produktionszeug. Das zweite, was ist für uns das Kontrollsystem, also wir haben ganz klare Sanktionskataloge, wir haben Kontrollmechanismen und dann fängt einfach der Prozess an. Wie sind diese Betriebe in den letzten Jahren kontrolliert, wenn wir oft gibt es da? Und da habe ich gemerkt für mich, das ist nicht nur die AMA Marketing, es gibt verschiedenste Systeme, die da einwirken. Und das ist für mich ein ganz, ein großes Ziel, Tierärzte, Betreuungstierärzte, die AMA Marketing Kontrollen, die Audits, die externen Kontrollstellen. Wir müssen das in Zukunft viel, viel stärker verlinken. Da hilft uns die Digitalisierung, wir müssen die Digitalisierung einfach in die Praxisanwendung bringen. Das zweite, was wir machen, wir werden Kontrollen in manchen Bereichen intensivieren. Ja, in manchen anderen Bereichen sind sie sehr hoch schon und da merkt man, dass das nicht der Hebel ist, sondern da werden wir Verhältnisse zwischen angekündigten und unangekündigten Kontrollen ändern. Angekündigte Kontrollen ist meiner Vortus und Vorordnung. Und unangekündigt ist meiner Vortus gar nicht, sondern da steht wirklich der Auditor, der Kontrolleur vor dem Betrieb. Das ist vor allem im Bereich Tierhaltung, im Tierwohlhebel. Den werden wir weiter voraussetzen. Also wir haben überall im Schweinerbereich, im Rinderbereich, im Gefühlenbereich unangekündigte Spot Audits draußen. Das haben wir seit Jänner intensiviert. Und dann ist aber ein Thema noch zu den Einzelfällen. Wir brauchen eine Stelle, die auch den Betrieben präventiv hilft. Das ist auch das Bildungsangebot für die Landwirte, für die Bäuerinnen und Bauern, dass wir das ermöglicht. Da gibt es immer wieder ein paar Kernthemen, ein paar Brennpunktthemen. Dort muss man einfach Schulen vor allem sensibilisieren. Und dann brauchen wir eine Stelle, wo man sich auch melden kann, weil man sieht, im Umfeld, da geht es mir nicht gut. Wir sehen das so wie in Österreich, wenn ich jetzt tausend Leute hernehme, Konsumentinnen und Konsumenten, Bevölkerung, da gibt es Menschen, die haben Probleme, die sind erwartbar, die sind nicht erwartbar. Man muss ihnen auch helfen. Man muss ihnen auch helfen. Und da merkt man schon, im akrarischen Bereich, im landwirtschaftlichen Bereich, das ist oft nur ein Tabuthema. Und da ist auch gemeinsam mit den Ministerien, mit allen Interessensvertretern, dass wir da eine Stelle finden, wo man sich auch hinwenden kann, wo sich aber auch der Nachbar hinwenden kann und sagt, ich habe den Eindruck, der kann Unterstützung brauchen. Ich finde das total gut. Jetzt haben wir da nur zwei Themen. Das Erste waren jetzt ein Bauerherd, Kontrollen. Ich habe heute vor Mittag ein Gespräch gehabt mit drei jungen Schweinebauern von Niederösterreich. Und dann habe ich natürlich auch, habe ich erzählt, dass du hin kommst. Und dann haben sie gesagt, ja, das geht mir schon so an meinen Hinterteil, sozusagen, weil die Audits und das, wie lästig das ist. Und dann habe ich halt auch im Gespräch gesagt, ja, aber sage ich, schau, wir haben dann wieder Skandale, es kann ja nur so. Und da habe ich gemerkt, erstens, man muss, glaube ich, den Landwirten das System Kontrolle nochmal erklären, weil ich kann mich selber erinnern, wie ich so ein ganz junger Bauer gewesen bin, jede Biokontrolle ist mir eigentlich am Wecker gegangen. Ich habe gedacht, erstens habe ich den wichtigsten, die sind da. Zweitens, ich komme immer daher, sie kennen meinen Hof, sie wissen, dass ich gescheit arbeite, bis ich erst durch eine persönliche Reifung im Geiste gemerkt habe, na, eigentlich, ich verstehe es schon. Es ist schon gut, dass immer wieder mal wer fremder drauf schaut und man hat ja selber auch immer wieder veränderte Lebenssituationen. Und darum glaube ich, das ist jetzt nur so eine Empfehlung von mir, Christina, das mit zu bedenken, das auch den Bauern zu kommunizieren. Weil der Konsument sagt, cool, Kontrolle, aber der Bauer sagt, was glaubt ihr, ich bin ja Verbrecher oder was. Und das Nächste ist auch, das muss ich dir jetzt so schnell erzählen, zum Thema Mindset. Und da glaube ich, hast du mit der Arme eine riesige Verantwortung. Ich war letztes Mal bei einem Milchviehbetrieb und mehr sage ich gar nicht dazu, aber er hat mir erklärt, er war in Italien. Er hat sich große Milchviehbetriebe und Rindermaststelle angeschaut. Und was ihm total getaucht hat, die haben inzwischen alle drei bis vier Meter hohe Wände rund um das Gehöft, also das ist komplett dicht und rein sind drei bis vier Rotweiler und da kommst du nur über da rein und quasi, was ihm so taugt, da kann der Bauer, der kann da rein da machen lassen, was er will, da kommt kein NGO, da kommt niemand rein, weil der wird vorher zu Fleisch. Und da sage ich so zu ihm, und echt hört es, das taugt er, sagt er, weil mich interessiert das nicht mehr, dass da ständig wer mitredet und hin und her. Und da glaube ich einfach, dass es voll wichtig ist, weil ich dann gesagt habe, du, ganz ehrlich sage ich, ich glaube, dann brauchen wir über Qualitätsproduktion in Österreich näher mal reden, sage ich, ich habe auch einen Stall daheim, ich habe auch 80 Tiere, sage ich, weißt du, was ist, du kannst jeden, jeden Tag zu mir 365, 724 schicken und bei mir können Sie 100.000 Kameras aufhängen, es wird nichts finden, sage ich, weil ich so arbeite, weil ich so eine Demut vor meinen Tieren habe, weil ich so eine Wertschätzung, eine ehrliche meinen Tieren gegenüber empfinde, dass Sie mich rund um die Uhr mit einer Bodykamera fühlen können, und live stellen und alles, es wird einfach bei mir daheim, ich brauche keine Sichtschutzwände und drei Rotweiler, das heißt, da sind wir in zwei ganz, von meinem Mindset her, in zwei völlig verschiedenen Welten und denkst du oder nimmst du das nicht wahr, dass wir da vielleicht auch Richtung der Bauern das offensiver erklären müssen, dass wir einfach, dass wir an der Stadt denken müssen, lernen, weißt du, da sind wir wieder bei dem, Christina, der Kunde ist eigentlich König und das verständigen aber viel noch nicht, das sächenst viel noch aus Belastung. Ich greife das jetzt gleich auf, ich habe gestern eben die Sitzung gehabt und wir nehmen jetzt hier nach außen Kontrollschwerpunkt und zu mir hat einer gleich gesagt, wie erklärt das denn an Landwirten und wir machen jetzt auch Schreiben an die Landwirte raus, warum machen wir das, damit man erklärt, und ich habe es getestet, letzte Woche, ich habe zwei Zoom-Konferenzen gehabt und habe einer den Spot gezeigt und die Rückmeldung, ich zahle ihr Geld und ihr macht Werbung mit Kontrollen, macht eine Schnitzelwerbung oder irgendwas anderes und dann hat man es ihnen erklärt und ich muss wirklich sagen, sie haben es verstanden und das ist unsere Aufgabe, auch zu kommunizieren, warum machen wir das und darum, wie ich jetzt zukünftig Schritt für Schritt jeden mitnehmen oder versuchen immer jeden mitzunehmen, warum agiert die AMA Marketing ja so? Wir sind Experten im Marketing. Wir wollen Qualitätssicherung unter unabhängiger Kontrolle garantieren. Die Landwirte produzieren. Wir brauchen das Wissen für die Landwirten, wir brauchen das Wissen für die Bündler, für die Erzeugerorganisationen und wir wollen das Wissen für Marketing weitergeben. Dazu ist immer notwendig ein Vertrauen gegenseitiges. Damit jeder einen guten Job macht, braucht man ein gegenseitiges Vertrauen einmal. Die wissen schon, was sie machen und wir haben jetzt im Kontrollschwerpunkt war das Feedback auch, versetz dich einmal in der Lage. Ich brauche gar kein Bauer nicht sein. Ich bin jetzt eine private Person und ich habe eine Kontrolle. Keiner gefreut sich über Kontrolle. Jeder ist angespannt bei einer Kontrolle und was denkst du meistens, wenn ich aufgeholt werde und ich habe eine Polizeikontrolle, denke ich mir, ja, vorbei, Gott sei Dank, nichts passiert. Also, das ist nicht nur bei Landwirten, das ist das negative Gefühl und dann habe ich ein anderes Beispiel gehabt, hat man ein junger Schwein, nein, nein, das war öder, und ein Schweinebauer hat sogar gesagt, er hätte eine Idee. Der Betreuungstierarzt, der kommt zweimal im Jahr auf seinen Betrieb, steht in einem Gütesiegelbetrieb, ist eine Pflichtmitgliedschaft beim Betreuungstierarzt notwendig. Und er sagt, zufällig ist das letzte Mal ein anderer Betreuungstierarzt gekommen, der war krank oder warum auch immer, ich weiß das gar nicht, und dann sagt er, weißt du, am Anfang habe ich mir gedacht, was sucht denn der jetzt so, und dann sagt er, das wäre gut, ich habe so einen Mehrwert davon gehabt, weil ich habe keine Betriebsblindheit nicht gehabt. Der hat mir gesagt, hey, beim anderen Betrieb hat er das gesehen, mach es so ein bisschen, also der hat einen vorher positiven Zugang. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir das Thema Kontrolle als Mehrwert haben, das hört sich jetzt total absurd auf, für wen. Das verstehe ich, weil ich frage mich auch, was ist der Mehrwert jetzt von einer Polizeikontrolle? Aber unsere Aufgabe beim Dharma Marketing wird es auch sein, dieses Kontrollsystem mit einem Mehrwert auszustatten für die Betriebe und damit die Betriebe auch davon profitieren können, im Betrieb umzugestalten und nicht nur, da kontrolliert mich, da strafft mich wer, ich brauche Zeit. Und das ist aber eine Riesenherausforderung und das kann auch nicht der Dharma Marketing erlauben, wir sind nicht die Einzigen, die kontrollieren. Da gibt es amtliche Kontrollen, behördliche Kontrollen von anderen, gibt ja andere Marken auch, das haben wir alle gefordert und das ist die Kommunikationsrichtung Landwirtschaft. Weil der Konsument macht sich gar keine Gedanken nicht, der macht sich auch nicht die Gedanken, der hat auch kein Gefühl nicht, was ich auch verstehe einfach, ist eine jährliche Kontrolle viel, ist eine zweijährige Kontrolle viel, nein, der will sich an was orientieren und an den Glauben und Vertrauen können. Das spielt alles zusammen, also das heißt, wenn wir jetzt sagen, ja jetzt habe ich angefangen und wir haben in zwei Jahren das alles gelöst, diese Probleme, muss ich jetzt leider sagen, weiß ich, dass ich es nicht erfüllen kann. Also ich möchte jetzt dazusagen, liebe Hörerinnen und Hörer, wir zwei haben uns das jetzt nicht angesprochen, du hast das auch nicht gewusst, weil ich da ja keine Fragen übermittelt habe, aber mir gefällt das total, dass du auch schon hindenkst, weil ich glaube, das braucht es einfach, weil ich glaube, die Mammutaufgabe, was vor dir liegt, ist, du musst Richtung Konsumentenschaft maximal gehen, aber du musst die Bauern mitnehmen, dass die verstehen, warum kommt schon wieder einer, warum kontrolliert mich einer und vielleicht kann man das wirklich einmal trainen, dass ich inzwischen, jede Biokontrolle immer so, als externes Feedback, dass ich einfach mit, der schaut sich alles an und dann ab und zu ist eben auch so, dass der Kontrolleur dann sagt, du übrigens, bei dem Hof habe ich, der hat das so gemacht und so und denke ich mir, ja da profitiere ich davon, also ich habe das im Geistdraht in mir und so denke ich mir schon, dass wir da in die Richtung was verändern konnten. Christina, jetzt weiß ich, Netzwerk Kulinarik haben wir ja zusammengearbeitet, so schmeckt Niederösterreich, jetzt möchte ich ein bisschen auf die Gastronomie gehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil mir ist das natürlich ein Riesenanliegen, ich wünsche mir eine gesetzlich verpflichtende Herkunftskennzeichnung, ich weiß, dass du dir das auch immer gewünscht hast, ich weiß, ob du das jetzt mal sagen darfst. Ich bin nach wie vor ein Befürworter, aber ich wünsche mir schon mal was vorher, was realistisch, also ich mag immer, man kann eine Vision haben, aber ich bin einer, die gerne umsetzen, was an den Boden bringt, also wir haben ja das Programm Armer Genussregion, wo wir zertifizierte Gastronomiebetriebe drinnen haben, wir haben 1600 Betriebe drinnen, die sich wirklich auditieren lassen, die offenlegen, woher haben sie die Produkte und da wünsche ich mir, dass da weitere 1000 dazukommen und das wäre so leicht möglich, wenn wir alle ein bisschen mehr Wert darauf legen. Okay, jetzt möchte ich dich mit ein paar Zahlen konfrontieren und zwar, die Österreich-Werbung macht ja immer die Umfrage, warum macht man in Österreich sozusagen Urlaub? Und immer schon Hauptgrund Nummer 1 war die Schönheit der Landschaft und 2019 ist da die Kulinarik auf Platz 4 gewesen und man hat sich eigentlich total gefreut und ich kann mich erinnern, mir im Netzwerk Kulinarik hat es die Vision gegeben, Österreich wird die Top-Destination in Europa für Kulinarik. Ich kann mich erinnern, ein Teilnehmer hat damals sogar gesagt, der würde mir sowas werden, weil vorher ist schon ein Ende, wir haben ja ein bisschen gelacht. Dann sind wir abgestürzt auf Platz 7 und vorige Woche haben wir dann jemanden da gehabt und der hat uns eben berichtet, die Österreich-Werbung hat vorig oder hat sich im Herbst wieder eine neue Umfrage gestartet und hat sich die Kulinarik schon quasi nochmal auf Platz 9 zurückgerutscht, ist dann gar nicht mehr veröffentlicht worden. Was passiert da gerade? Warum gewinnen wir nicht? Warum verlieren wir eigentlich in der Wahrnehmung? Ich habe meine persönliche Erklärung dafür, aber was können wir dann auch, dass nicht nur Herkunftskennzeichnung ein Thema wird, sondern auch wirklich diese Kulinarik. Ich erkläre es jetzt nur kurz, aber wenn ich jetzt in Österreich Skifahren gehe und auf jeder Skihütte das gleiche Convenience-Schnitzel kriege, weil wir keine Küche mehr haben, was auch immer, dann brauchen wir uns halt nicht wundern und der Kaiserschmarrn von Montafon bis nach Maria Zell genau gleich schmeckt, weil er der gleiche Industriekäse schmarrn ist, dann ist eh klar, dass wir im Ranking immer weiter abfallen. Aber was tun wir dagegen, Christina? Also das Ranking würde mich interessieren. Also ich kenne es leider nicht, dass wir jetzt am Platz 9 sind. Was ich einfach noch feststellen kann, durch Corona, wir waren vorher alle mega motiviert und man hat sich richtig gesehen, den schönen Zuwachs zu einem Gastro-Bereich und dann ist Corona das halt richtig eine Delle hinterlassen. Da war einfach bei vielen da, zahlt sich das überhaupt aus, soll ich umsetzen, wie geht es dann weiter? Und da haben wir es im Gastro-Bereich nach wie vor noch nicht erholt. Was ich einfach sehr schade finde, ist eben Skifahren oder auch, ich habe in Vorarlberg ein total nettes Beispiel gewesen, da waren wir in einem sehr guten Lokal essen und dann sind Holländer am Nachmittag gesessen und die haben zu viele Kalbschnitzel gegessen und irgendwer sagt, aus Spaß, ganz zarkastisch, schauen wir mal, woher das Kalbfleisch ist. Vielleicht sagt mir einer, das Kalbfleisch hat auch Urlaub gemacht in Österreich, weil vielleicht ist ja nicht von Österreich ein Ding. Hat viel und die Holländer haben sich sicher das nicht erwartet. Dass es ein holländisches Kalbfleisch ist in Österreich. Genau, genau. Das ist ein Riesenthema. Darum habe ich auch zum Beispiel den Test für Pfoten total unterstützt. Die haben, ich weiß nicht, letztes Jahr, haben sie in Wien ich glaube 10 oder 20 Top-Lokale. Woher ist, wie ist die Herkunftskennzeichnung, wo ist es? Für uns war es super, weil es haben insgesamt von den 10 waren vier dabei bei der AMA-Genussregons-Zertifizierung und da hat man wirklich gesagt, okay, das hat passt. Das hat nachweislich dementsprechend gekennzeichnet und jetzt gesetzlich oder nicht gesetzlich auch auf EU-Ebene gibt es dauernd wieder Diskussionen, okay, es kommt was. Gehen wir kleine Schritte, schauen wir, dass wir überzeugen und da bin ich nach wie vor überzeugt, wenn jeder von uns essen geht und einfach fragt und nervig ist, dann wird sich das verändern, weil wir haben ganz am Anfang auch gesagt, der Tourismus, die Gastronomie orientiert sich am Konsumenten. Aber jetzt sollten wir vielleicht die AMA ein bisschen auch wieder so trotzdem ein Genussbotschafter werden, dass man vielleicht wieder mal den Menschen, dass ich sage einmal so, ich bin da leider anders gestrickt, aber wenn ich zum Beispiel einen guten Kass ist, so Sachen, da geht mein Herz auf, da denke ich mir, ich weiß nicht, das ist ein Erlebnis für meine Sinne, da habe ich Explosionen im Kopf, weil es das so schön und so ein gutes Erlebnis ist. Und natürlich, wenn ich mir nur irgendwas rein, ich wirfe in meinen Körper, ja das ist nur noch, das ist eigentlich um die zehn Minuten schon schade, was ich da fürs Essen verbringe. Sollte man das auch wieder so eine Art Esskultur transportieren anfangen? Absolut, da bin ich da voller Befürworter und voller Unterstützer dabei, weil das ist ja das Entscheidende. Es geht immer darum, wo habe ich mehr Wertigkeit? Genau. Für die Wertigkeit bin ich auch bereit, Geld auszugeben, weil, seien wir mal ehrlich, um wie viel geht es nefter bei eure Lebensmittel? Wir sind im Cent-Bereich, das ist schon möglich, dass man sich auch ein bisschen mehr Budget für Lebensmittel ausgibt. Früher, man muss mit früher vergleichen, wie hoch da der Anteil war für die Lebensmittelkosten und jetzt. Und wir suchen dann auch immer, okay, die Lebensmittel sind teuer geworden, weil es halt alltäglich ist. Das ist halt echt das Thema auf der anderen Seite. Nur, alltäglich ist es auch, ich führe mir das alltäglich zu. Das hast du einmal so, beim Vortrag war ich bei dir, hast du gesagt, ich sei uns eigentlich bewusst, dass das die Energie, dass ich das für mich selber mache, für meinen Körper. Genau. Und da sind wir jetzt beim letzten Thema, was ich mit dir besprechen will, ich will noch eine Teuerung. Wenn ich jetzt schon die arme Chefin da sitzen habe, was 60 ist draußen, für die Daten, für die Zellen, du hast es vorher schon auch ein bisschen angesprochen, sind wir nicht verrückt, dass man alles explodiert, Mietpreise, Urlaub, Tanken etc. Und dann erklären wir ständig, und ich habe es jetzt wieder in der Zeit im Bild beim Armin Wolf gesehen, der erklärt mir da tatsächlich, ja weil der Butter so teuer geworden ist. Und dann habe ich mich mal hingesetzt, dann haben wir gedacht, hallo Hannes, wie viel Butter isst du? Und ich isst nicht wenig, aber ich wäre so auf die Durchschnittszahl von vier Kilo pro Kopf pro Jahr gekommen. Das ist eins oder ein Butterstück oder eineinhalb pro Monat. Um was geht es da? Also da reden wir von zwei, drei Euro im Jahr. Also da denke ich mir, und echt, das sagt man mehr in der Zeit im Bild. Ja, aber das sind plakative Beispiele, das ist einfach Informationsüberflutung, ich muss was auszunehmen nicht. Aber unser Marktforschungsergebnis sagt, der Butterabsatz ist stabil. Die Leute haben nicht zu Margarine gewechselt. Das ist das, das ist wirklich unser Marktforschungsergebnis. Das ist total positive. Das heißt, dort haben wir es geschafft. Natürlich, was verbindet der Konsument, hört das, Butterpreissteigerung, verbindet automatisch, auch da werden die anderen Lebensmittel auch noch gestiegen werden. Das ist sehr, sehr viel bei uns in den Medien, in den Meinungsmachern. Darum müssen wir da dagegen halten. Und wir sagen, hey, was wollen wir? Welcher Bild wollen wir in Österreich haben? Wollen wir keine Landwirtschaft mehr haben? Wollen wir keine Lebensmittelproduktion mehr haben? Vor zwei Jahren haben wir noch alle geredet, oder jetzt ist es nicht einmal zwei Jahre her, ein Jahr Versorgungssicherheit. Also wir müssen sich echt da fragen, in welchen, und das kann nicht nur die arme Marke liegen, weil es so stark sind, man hat und so ein Einflussbereich, das wird jetzt weder Inflation, die Preissteigerung, da bin ich einfach realistisch, sondern was können wir sagen? Wir können Eckpfeile einschlagen, gemeinsam mit vielen Partnern, wie soll in Österreich eine Lebensmittelproduktion aussehen? Und andererseits, welche Lebensmittel sollen die Österreicherinnen und Österreicher konsumieren können? Das muss unser Zugang sein. Und da hast du eine volle coole Aufgabe, weil ich denke mir eben, von der Kulinarikaufwand, über die Qualitätssicherung hin, bis, ja, dass das Essen wieder einen Wert kriegt, ja, dass nicht nur das Danken, das gute Auto, der schöne Urlaub, sondern dass das, und was ich nicht ganz verstehe, ist, und das sagt keiner was, ja, lesen wir einen Wirtschaftsforscher, der halt am 28. Dezember war, das war auf ARF, der hat gesagt, der Teuerungsausgleich, ja, Klimabanus, die Löhne sind um die Inflation gestiegen, das unterste Einkommensviertel hat sogar, glaube ich, damals haben Sie im Bericht 0,2-prozentige Überzahlung gehabt, ja, also sie steigen besser aus als vorher, und wir alle anderen haben eigentlich nicht wirklich weniger, wir haben eine Vollbeschäftigung in Österreich, also ich kann von Wien bis Blutends draußen in jede Firma hineingehen, die werden wir in die Sekunden nehmen, ja, weil jeder Leute sucht, und trotzdem jammern wir uns zu Tode, wie anders wir sind, und wir können uns kein Essen nicht mehr leisten, ja, aber das ist doch verrückt, Christina. Genau, und da muss ich echt sagen, Kulinarik ist die Nation Österreich, ja, wir müssen in die Richtung arbeiten, warum Kulinarik ist hochwertig, und das macht schon sehr viel mit dem Mindset aus, wenn was hochwertig ist, Mühe auch dabei sein, ich will da dazugehören, und da sind uns die Franzosen auch meinen Leuten nach und vor voraus. Ja, hast du da Erfahrungen, ich sage einmal, als Ammerchefin, schaut mal nach Italien, schaut mal nach Frankreich. Ja, genau, und vor allem, ich habe ja den internationalen Aspekt, weil ich sehr viel im Ausland auch gearbeitet habe, und da muss ich auch sagen, Das erzählst uns jetzt noch schnell. Nein, das ist wirklich, Armer Gütersiegel, aber uns von uns öfter, wow, für was gibt es das, wie ist die Glaubwürdigkeit das? Deutschland, Italien, die beneiden uns, die sagen, ihr habt ein System, bitte lasst euch das nicht zerstören, entwickelt es weiter, keine Frage, dass eine Weiterentwicklung notwendig ist, das steht nie zur Diskussion, aber die schauen wirklich auf uns, wir haben Anfragen, hey, bitte, wir tauschen uns auch aus, also ich bin erst nächste Woche dann wieder in Deutschland draußen, wo wir mit einem anderen um das Thema Kontrollen, einfach, wie machen das, wie sind dort die Erfahrungen, wie ist es dort aufgebaut, auch auszutauschen. Punkt, das Mindset und so ist uns Frankreich wirklich voraus, man braucht da einfach mit dem durchschnittlichen Haushalt reingehen, man sieht es auch bei den Haushaltsaussagen. Und ich habe auch gehört, in den Supermärkten, also da ist ein französischer Kass, der ist einfach, der ist da, Punkt, da hast du vom Ausland ganz, ganz wenig Chancen, und in dem Fall finde ich es gut, da gibt es einen Konsumpatriotismus. Genau, und eine ganz andere Supermarktstruktur an da alles, also das ist wirklich ganz, ganz anders da wird. Und es geht mir in Frankreich essen, das ist nicht schnell, dass man da was isst, das zelebriert man auch. Und das muss viel, viel stärker wieder bei uns sein. Und das ist aber keine Aufgabe, die jetzt in fünf Jahren geht, das ist eine Generationsaufgabe. Und da habe ich aber ein riesen Hoffnungsschimmer an der Jugend. Weil die Jugend setzt sich ganz aktiv auseinander mit Lebensmitteln. Thema Gesundheit, Thema Tierwohl, und darum bleibt es, das wird unser Zukunftswechsel. Ich habe mir bis jetzt noch nie da sagen können, warum sollte das Thema Tierwohl auf einmal verschwinden. Thema Nachhaltigkeit, ein großer Begriff, aber was liegt nahe, dass die Transportkilometer, denen sinnvoll sind, oder nicht notwendig sind, dass ich die einmal vermeide. Und dann können wir jetzt gleich weiterreden mit der Lebensmittel, was wir ihn wegschmeißen. Also das ist wirklich absurd. Vor allem, das hat mich auch gestört, wenn wir reden, wir müssen noch mehr produzieren, dann müssen wir eigentlich einmal sagen, was schmeißen wir weg. Weil das passt für mich nicht, dass wir 900.000 Tonnen in den Müll schmeißen in Österreich. Und dann reden wir, wir müssen eine Produktionssteigerung machen. Da müssen wir schon ehrlich bleiben. Das hört sich so simpel an eigentlich, da sagt jeder, jetzt reden Sie so groß. Nein, jeder selber sollte einmal schauen, dass er weniger Lebensmittel wegschmeißt, dafür mehr bereit ist, für Qualität auszugeben. Ich bin mir sicher, das fällt zu dir weg. Eigentlich, ich wollte es schon abschließen, aber einer, das denke ich gerade auf, der hat mich gebeten, ich muss dich fragen, was habt ihr vor beim Getreide? Das kommt ja jetzt neu dazu. Und das zweite auch zum Thema Eigenverantwortung. Du weißt ja, ich kommuniziere das seit Anfang an, wirklich, und das ist ja mir bewusst geworden, mit jedem Griff ins Regal vergibst du den Produktionsauftrag. Ich werde dafür geprügelt von diversen NGOs, weil die sagen, das stimmt alles nicht und das muss alles der Gesetzgeber, die Politik richten, weil ich, armer Konsument, kann mich natürlich nicht fünf Minuten in der Woche mit meinem Essen auseinandersetzen, weil ich ja so gestresst bin, weil du ja jeden Tag die Arbeit hast und dann schon wieder Freizeit haben musst. Und jetzt tue ich natürlich ein bisschen überspitzen, aber ich glaube, du verstehst die Ironie in meinen Worten, weil das Backe fast nicht, wenn man das erklärt, er hat fünf Minuten nicht Zeit für, möchte ich nicht wissen, wie lange das so finster sind. Aber ja, Frage zum Thema Getreide, das müssen wir noch schnell machen und dann einfach, wie du das Thema auch Eigenverantwortung siehst. Oder musst du als Amazon alles vorkommen? Nein, gar nicht, das würde ich auch nicht machen, wäre nicht mehr Zugang und das ist ja nicht unsere Aufgabe. Also zum Getreide, die Arbeitsgruppen starten, wir werden, unser Ziel ist es, dass wir im Juni kommunizieren können, okay, was sind die Richtlinien, die groben Eckpfeiler für das Arme Gütesiegel, das brauchen die Landwirte für die nächste Aussage einfach und dass wir ab 2024 auch wirklich Brot und Gepäck mit Arme Gütesiegel in den Regalen haben, das ist ganz, ganz entscheidend. Warum? Ich sage ein Beispiel, man liegt im Krankenhaus, man hat Butter, meistens Qualitätsgesichert, Herkunft, das ist wirklich durch. Dann hat man, also von der Milch weiß man das alles und man kriegt, jeder kriegt ein Brot und eine Semme und keiner weiß eigentlich, woher kommt da der Rohstoff. Das Gleiche ist, wir können uns nicht immer nur Fleisch einschießen. Wir haben Gemüse auch noch, Gemüse, Erdäpfel in der Arme Marketing, das merkt die total viel, es geht immer nur um Fleisch, also um die Tierhaltung zurzeit. Nein, und wir haben Getreide und mit Getreide sprechen ja auch die Vegetarier und die Veganer. Also das ist für uns eine Riesenchance und auch für die Landwirte und Brot. In Österreich haben wir Brotkultur. Die Franzosen, jetzt haben sie das Baguette schützen lassen, das ist das beste Beispiel. Warum können wir uns nicht verschiedenste Brotsorten, die Urgetreide, ja, alles schützen lassen und das auch zelebrieren dementsprechend. In Frankreich ist es wirklich mit Baguette, das ist erst vor zwei Monaten passiert, haben wir echt gedacht, super. Also, wir die Arbeitsgruppen sind und sie dieses, dass wir das im Juni präsentieren, was sind die groben Richtlinien und dann läuft Richtlinien und dann braucht man EU-Notifizierung, weil unsere Richtlinien über das Ministerium der EU-Kommission vorgelegt werden müssen, damit wir einfach nicht wettbewerbsverzerrend sind. Das ist ganz, da muss man rechnen zwischen drei bis sechs Monate. Sehr gut, also das heißt, Getreide dürfen wir uns was erwarten. Es wird irgendwann eine Kaiser-Single geben mit einem Gütesiegel. Ja, genau, aber nicht nur das, sondern auch Brot. Ja, gewaltig. Aber auch mit den Verarbeitungsprodukten, absolut. Und das ist ganz, ganz ein wesentlicher Bestandteil für die Bandbreite, weil sonst tut man es ja auch ein bisschen schwer, weil bis jetzt war es uns ja nicht möglich, dass wir Getreide kommunizieren. Dass man jetzt fährt, aber sogar der Wiener sitzt ins Auto, fährt ein bisschen raus und du siehst Getreide fährt. Also es ist ein ganz, ganz ein wesentlicher Bestandteil und schließt vor allem auch die Gesamtkommunikation. Das Thema Eigenverantwortung noch. Ja, Eigenverantwortung, also ich bin sicher nicht ein Freund, dass wir alles vorgockeln werden. Das möchte ich aus Privatpersonen, aber auch nicht aus Geschäftsführer in der AMA Marketing, weil wir widersprechen uns ja. Einerseits sagen wir Angebot und Nachfrage, wir sind den Konsumenten in dem Mittelpunkt stehen und andererseits so immer alles regulieren. Dann haben wir schon gehört, jetzt gibt es tausend Kontrollen und so. Also es hat sowohl der Betrieb hat eine Eigenverantwortung, es hat der Konsument eine Eigenverantwortung, aber auch jeder Mitarbeiter und Mitarbeiterin in der AMA Marketing sowie auch als Geschäftsführerin hat eine Eigenverantwortung und die muss man wahrnehmen. Christina, ich könnte mich stundenlang weiter unterhalten mit dir. Ich darf das Gott sei Dank auch ab und zu machen. Danke auch dafür. Danke auch fürs Vertrauen, für die Freundschaft, was wir inzwischen haben. Noch einmal, ich bin echt ein großer Fan von dir, weil es mir unglaublich taugt, dass du so heiße Eisen angreifst, weil nicht jeder, sage ich einmal, möchte den Job gerade übernehmen, den du übernommen hast, Vor allem auch mit dem Start wirklich quasi ersten Arbeitstage und dann einen Megaskandal picken. Du hast eine Mammutaufgabe von dir, aber wenn es einem zutraue, dann dir, das muss ich echt sagen. Das ist echt gewaltig und ich weiß, du wirst es auch nicht immer leicht haben. Die AMA ist eine riesige Reibungsfläche für sehr, sehr viele. Ihr steht so im Zentrum der Aufmerksamkeit, viel wollen was für euch, aber da denke ich mir, da bist du von der Persönlichkeit her sehr, sehr gut gewappnet, dass du dem allen entgegentreten kannst. Also ich darf Danke sagen, schön, dass du gekommen bist, wünsche dir alles als Gute und geschätzte Zuhörerinnen und Hörer, ich denke, das war wirklich ein schöner Einblick in das Leben der AMA Marketing, aber vor allem auch in das Leben und der Persönlichkeit der Christina Mutthendaler, die, was eben hier jetzt da vorhin steht und ich hoffe, ihr habt euch irgendwas mitnehmen können. Vielleicht klärt ihr ein bisschen was auf zum Thema Vertrauen in die AMA, was ich mit Sicherheit sagen kann, ich habe immer das AMA Gütesiegel sehr hoch gehalten, weil ich, das möchte ich heute nochmal betonen zum Schluss, wirklich davon überzeugt bin, dass das einmal der Grundbasis-Eckpfeiler des Lebensmittelkaufes ist, wenn man in ein Geschäft geht und ich gehe in ein Butterregal oder beim Fleisch, egal wo, und ich sehe mal das Gütesiegel, dann kann ich mich zumindest verlassen als Kind aus Österreich und das zu 100 Prozent und das hat sonst in Europa niemand und auf das darf man schon ein bisschen stolz sein. Ich bin aber auch ein paar vielen Kritikern, die was sagen, es gehört weiterentwickelt und ich glaube, da sind wir uns auch einig, es gehört weiterentwickelt und ich sage bei ENG wieder, danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuhören und ich glaube, das hat uns alle im Wissensstand ganz schön weitergebracht. Danke und für den Dank. Danke. 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 Danke.